Walking Burpee Du beginnst in der Standposition, kommst ganz tief in den Deep Squat und trittst einfach nach hinten in die Plank oder in den Liegestütz und trittst wieder nach vorne, keine Sprünge, nichts ergleichen immer wenn du stehst schiebst du deine Hüfte nach vorne und deine Arme nach oben Walking Burpee